Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht ist ein ehrliches Bekenntnis. Man muss nicht alles wissen und erst recht muss man nicht vorgeben, etwas zu wissen. Wenn du etwas nicht weißt, dann sag einfach, ich weiß es nicht. Du musst dich nicht unbedingt entschuldigen dafür. Kein Mensch kann alles wissen. Manchmal kann man einfach sagen, ich weiß es nicht.